Und damit ein herzlich willkommen zum heutigen Video. Und ihr seht mal, mit was es gleich losgeht. Ich möchte ein bisschen auf eure Kommentare eingehen. Oder auf eure Kritik oder auch Lob zu meinem letzten Base-Umbau-Video. Und ja, witzigerweise, ich gehe gerade in Glash of Clans. Im Normalfall, ja, lehre ich erstmal so die ganzen Minen und Elixiersammler. Aber dann hat mich das hier angelacht. Und ich dachte, das ist doch eine perfekte Einleitung für das heutige Video. Also möchte ich euch nicht vorenthalten. Einfach mal über Nacht plus 60 Pokale. Und alle, die mein Base-Umbau-Video nicht gesehen haben, denen werde ich jetzt direkt erstmal den ersten Blick auf meine Base geben. Und wir werden uns dann auch deine oder andere Verteidigung anschauen, wie sie sich geschlagen hat. Ressourcen kommen ganz gut zusammen. Gleichzeitig aber eben auch komm ich in den Pokalen hoch. Was ja auch dann in gewisser Weise Pokerush-Base oder wie auch immer genannt wird. Und ja, ich zoome mal kurz nochmal raus. Für alle, die die Base noch nicht gesehen haben, wo die Kritik kam oder wo viele gesagt haben, das finden sie schlecht oder das verstehen sie nicht, war mit den guten Teslas hier um das Radhaus rum. Wir füllen jetzt erstmal noch alle Fallen ganz entspannt auf. Ja, also ich selber finde das weder schlimm, noch finde ich das gut. Also ich bin dem ganz neutral gegenüber. Ich bin ja als längere Zeit, oder ich habe ja vor ein paar Wochen meine Road to Master gemacht. Und da war das Standard, dass man wirklich ein Radhaus findet, was man im ersten Moment recht leicht holen kann. Aber gerade wie hier dann, es ploppten die Teslas auf. Gleichzeitig ist eben die Kanonen in Verteidigungsrange, der Bogenturm ist in Verteidigungsrange, der Minenwerfer hilft mit, der Magieturm hilft von hinten ein bisschen mit. Auch bei dem Design, was ich angesprochen habe, meiner Meinung nach auch richtig nice sind die zwei Helden, die jeweils dann Richtung Rathaus gezogen werden und mit verteidigen. Und die dann auch vielen Angreifern ist einfach schwer, in das Radhaus zu holen. Und was ist denn der Vorteil der Base? Ja, es sind eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen wird gewährleistet, dass man mit den Pokalen nicht zu weit runterfällt, dass man sogar, wie ich jetzt, mit dem Pokal nach oben steigt. Man sieht es hier, momentan, ich bin jetzt einfach mal in Kristall 3 aufgestiegen, ohne selber was zu machen. Und gerade wenn man mal farmt, ich denke, ihr kennt das selber, den einen Angriff verliert man mal, verliert ein paar Pokale, hin und wieder gewinnt man sich auch mal, erholt sich die 50% oder wenn man einen eher niedrigeren Rathauslevel angreift, zum Beispiel ich als 10er, der ist ein 8er, dann schafft man auch mal einen 2-Star. Aber häufig passiert es eben auch, dass die Pokale droppen. Und so ging es mir dann die letzte Zeit beim Farmen, dass auf lange Sicht eben die Pokalkurve, sage ich mal, nach unten geht und dass man wirklich oft mit den Pokalen nach unten droppt. Und hier arbeitet diese Base eben dagegen, da sie eben gewährleistet, dass man selber auch gleichzeitig mit den Pokalen wieder nach oben kommt. Und ich finde das wirklich nicht schlimm. Ich zeige euch jetzt mal, oder wir schauen jetzt mal in die Verteidigung rein. Ich hoffe, dass mal eine nette noch dabei ist, wo vielleicht jemand probiert hat, das Rathaus zu holen. Ja, fangen wir nochmal an. Wir haben zum Beispiel, die sind alle sehr interessant. Und es wurden auch, hier wurde ein dunkles Gold, es wurde geblitzt. Wir fangen mal an. Komm, wir schauen uns die viermal an und nehmen meine Base so richtig unter die Lupe. Hier haben wir Barbaren, Bogen und Minions. Er blitzt jetzt erstmal das dunkle Elixier, hat da ja die Hälfte ungefähr dann dadurch bekommen und greift es von hier unten an, möchte an diesen einen Bereich, wo ich Elixier und Gold am Start habe. Ihr seht hier, er konnte 160.000 und 420.000 Elixier holen. Also sicher nicht zu verachten, wo viele dann auch schwach werden. Und ja, meine X-Bows sind auf Boden eingestellt. Er hat jetzt geschickterweise die Seite genommen, wo der X-Bow noch auf Stufe 1 ist. Dementsprechend macht er dann natürlich auch ein bisschen weniger Schaden. Hier Bogenschützenkönigin seht ihr, ist auch nett geblitzt worden. Und kommt jetzt ja. Mit Bogen 5 hat er erst einen Barbaren 5, also einen Rathaus 8er, der mich hier angreift. Und er hat wirklich viel probiert, hier näher reinzukommen. Bis auf die Elixiersalmler, die hier außen standen, konnte er nicht mehr holen. Also ist nicht mal ansatzweise in einen meiner vier Ressourcenbereiche gekommen, wenn man sie denn so nennen möchte. Hat ein paar Außengebäude weggeräumt, ganz klar. Aber hat es auch gar nicht erst beim Rathaus versucht. Ich muss ja auch ehrlich sagen, man sieht ja eigentlich, dass hier diese Fallen sind. Von daher finde ich das mit den Teslas wirklich nicht schlimm. Und verstehe da nicht ganz so die Aufruhr. Also hier der Oster, überhaupt keine Chance gehabt. War natürlich auch ein Rathaus 8er, vielleicht von daher nicht ganz so repräsentativ. Aber wir machen direkt weiter mit dem Nächsten. Und zwar wäre das hier jemand. Okay, Bogen 3 ist auch nicht so interessant, aber der hat gar keine Ressourcen bekommen. Okay, wir greifen hier nur schlecht an. Dann ist die Base vielleicht gar nicht ganz so. Hier haben wir... Ja gut, er hat einen Tracking dabei. Komm, wir schauen uns das trotzdem an. Hat nur 9% am Ende bekommen. Ich weiß nicht, von wo er gekommen ist. Ob er... Ja, er wollte das Rathaus holen. Jetzt ploppt sich erstmal die Tesla. Ich finde zum einen, es sieht schon mal mächtig cool aus. Also macht mich da ruhig nieder. Aber ich stehe dazu. Haut es hier Wut und viel. Und gibt seine Barbaren rein, die hier weggeblitzt werden. Dahinter kommt Magier, die sind auch aus der Stufe 4. Also sah er wahrscheinlich sogar hier ein Rathaus Level 7, ne? Und Barbarenkönig haut er auch noch hinterher. Kann er noch nicht zünden, macht zwei Dragon hinterher. Aber nein, er schafft es nicht, das Rathaus zu holen. Das war hier sein Ziel. Der eine Dragon geht jetzt Richtung Clanburg, die er ausschalten möchte. Der zweite geht aufs Rathaus. Es war ganz, ganz knapp, aber die Clanburg hat ihn dann abgelenkt und er hat aufgehört, das Rathaus zu fokussieren. Ja, und dieser Angreifer hat hier gut was an Truppen investiert. Ihm war es dann am Ende auch zu blöd, seine Riesen noch zu setzen und hat auch nicht geschafft, hier zuzuschlagen. Wenn wir mal sonst so in den Verteidigungslog bei mir reinschauen, ressourcentechnisch, hier würde ich, der war der Heftigste seit längerer Zeit, den kann ich euch leider nicht mehr zeigen, nach ein bisschen lange her ist, würde ich mit Lava-Hunden und Golems angegriffen. Also ihr seht aber, gemaxste Einheiten, hat 60%, er hat gut Elixier bekommen, aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, hat mir die Base, wenn wir das durchgehen, häufig sind wirklich Siege betrinkt. Klar, ich wurde ein paar Mal auch nur geblitzt, aber hier zum Beispiel jemand 76 Barbaren, wieder 36 Bogen, hier jemand 107 Bogen, hat es nicht geschafft, hier auch jemand mit 6er Truppen diesmal, also es war dann Minimum ein Rathaus 9er, mit 30er Bogenschützenkönigin, hat es nicht geschafft, hat nur 25% am Ende geholt und davor hatte ich die Base noch gar nicht. Also ich muss sagen, so die ersten zwei Tage jetzt mit dieser Base, bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden, ihr seht ja auch dunkles Elixier, ist gut am Start, 63.000, fast 64.000, auch sehr, sehr nice ist das Elixier, einfach dahingehend, ja, was will ich denn machen, ein Tag, vier Stunden, läuft noch der Golem, dann ist er auf maximaler Stufe, wo ich mich dann schon sehr auf den nächsten Clan noch freue und als nächstes werde ich dann mit dem guten Freeze weitermachen. 5 Millionen, ich habe sie am Start, kann also da ohne Pause weiter, man hat gesagt, die Truppen wie beispielsweise, ja, ihr wisst ja selber, Bogen, Barbaren, was auch immer geupgradet werden, kann man mal reingehen, sind wir andere Preiskategorien, ganz klar, für 5 Millionen ist eigentlich, wenn ich das so richtig sehe, ja, ist der Freeze das günstigste, aber das ist nicht der Grund, warum ich ihn mache, sondern einfach, da ich ihn, ja, für den Clan war es wichtig ansehe und ich denke klar, irgendwann werde ich auch die Bogen machen und auch Riesen und wie auch immer, mag ihr auch nicht zu verachten, aber nächster Fokus ist es auf dem Freeze, mit dem Dunklen werde ich wohl, habe ich mir gedacht, die Bogenschützenkönig machen, 75.000, fehlen jetzt also noch gute 10.000 und Gold wird momentan auch gespart, eine Kanone, ich habe sie im Stream, glaube ich sogar starten können, von 10 auf 11 und jetzt fehlt natürlich noch, dass alle Verteidigungsanheiten auf der gleichen Stufe sind, dieser Bogenschützenturm mit 4,5 Millionen, da muss also gut noch ein bisschen was zusammengespart werden, so jetzt im zweiten Teil des Videos, ich habe mir gedacht, wir werfen auch nochmal einen Blick auf den Clan war, habe ich ja gestern meinen Angriff gezeigt, die erste ging leider in die Hose, der zweite war dann Free Star, so habe ich es nochmal einigermaßen hinbekommen und bin am Ende zumindest mit einem Stern ausgestiegen und ja, es schaut gut aus, wir haben einen Angriff weniger, haben aber 19 Pokale, sag ich schon, 19 Sterne mehr und die finden, ja, es macht einfach mal Spaß, wieder gegen jemanden europäischen zu kämpfen, wenn wir mal in die Statistiken reingehen, 3 Sterne haben wir, 5 zu 1, 2 Stars haben wir mehr und die haben dafür viele 1 Stars, wir können auch mal schauen, habe ich selber heute noch gar nicht, ob meine Base schon probiert wurde, nein, das war, wo ich gefehlt hatte, ja, ich wurde gewonnen start, mit 52%, dann schauen wir uns doch das mal an, mit Golem, Wizard, Pekka und teilweise gemachsten Einheiten schon, und er kommt von hier unten, erstmal mit Schweinereitern und möchte wohl entspannt die Klambu Glocken, was insoweit auch funktioniert hat, alle Einheiten sind draußen, inklusive Hexe, Schweinereiter räumen wir es hier noch weiter auf, er hat keinen Blitz dabei, also möchte ich dann auch wohl auch ganz, und er hat Golem, Wussard, Witches, Pekka, also Hexen und Pekkas am Start, wo ich jetzt ja von euch aufgelöst wurde, dass es die Pekka heißt, ich finde aber immer noch, dass sich der Pekka deutlich cooler anhört, von daher, seht mir danach, wenn ich in Zukunft weiter der Pekka sage, dass mir Pekka, dass Pekka weiblich ist, war mir auch ehrlich gesagt nicht so bekannt, aber gut, das soll nicht das Thema sein, kommen wir jetzt hier mit 2 Golems, macht dahinter seine Magier, um die Klambu Glocken auszuschalten, und ich bin mal gespannt, wie die Golems laufen werden, also er hat ja am Ende dann leider die 50% geknackt, zum Rathaus ist er nicht gekommen, aber klar, gemaxste Golems tanken gut was weg, Barbarenkönig 15, Bogenschutz und Königin 13, Freeze ist auf 2, Blame Jump ist auf 2, und der Wut ist gemaxst, so, es kommen die Mauerbrecher, was machen sie, sie kümmern sich erstmal um die erste Mauer, wunderbar wie es sein soll, die zweite Mauer haben sie dann durchbekommen, und jetzt setzt er auch den Jump, und jetzt jumpt niemand nach innen, beziehungsweise nur ein Mini-Golem, der andere Golem, wie so oft, zieht hier nach rechts außen rum, der andere zieht links rum, und ja, als Angreifer, ich würde da verrückt werden, es gibt doch jetzt hier wirklich keinen Sinn, warum, der Päcker und der Barbarenkönig nicht über diesen Jump springen, aber es scheint einfach zu klappen, also das ist bei der Basis, mir das schon häufig auch gekommen, lasst wirklich, ich will die Basis nicht in den Himmel loben, aber lasst mal hier alles gemaxst sein, ich denke, da tun sich dann viele sehr, sehr schwer, vielleicht wieder Lufteinheiten, das hat man schon mehrmals thematisiert, aber seht ihr, der wird doch verzweifelt, der Golem zieht da raus, der Golem zieht da raus, hier in die Mitte, trotz Jump hüpft niemand rein, der wird sich doch auch denken, er ist im falschen Film, was ich auch nachvollziehen kann, also mir auch nicht erklärbar, warum es hier momentan Barbarenkönig und Päcker nicht reingesprungen sind, mit den Golems, das haben wir schon mal thematisiert, die wollen nicht in den ersten Ring rein, weil da keine Verteilungseinheiten sind, sie sind darauf gepolt, Verteilungseinheiten anzugreifen, laufen es deswegen hier außen rum, ja und durch die, hat er dann doch am Ende noch die 50% geknackt, aber vom Zentrum, ihr seht, das ist hier alles jungfräulich umberührt, da ist also überhaupt nichts passiert und ich denke, mit der Golem Bogenschützenkönigin hier, hat er sich am Ende noch die 50% gesaved, 3 Magier, auch noch aufgehoben, hier den nächsten Freeze auf den X-Bow, auf meinen schwächsten sogar, aber ich bin gespannt, ob er es die Magier noch gesetzt hat oder ob es ohne geklappt hat, Bogenschützenkönigin kann er ja auch noch zünden, das wird er das denke ich gleich machen, jetzt hat er sie gezündet, 49% und nein, er hat es irgendwo mit Magier regeln müssen, 3 Stück, da hat es, zählt er wieder, die Claire-Truppen, die haben es geregelt, ich bin jetzt gespannt, ja von hier unten kommt er und da hat er die 50% angeknackt, also war ein knappes Ding, hätten sich keine Truppen aufgehoben, wären es keine 50% geworden und ansonsten, was reißen die denn hier oben, hier wurde gefailt, wobei ich neulich gesagt habe im Chat, ich finde feilen eigentlich gar nicht so gut, ich denke mal, über den Gegner redet, kann man feilen machen, hier ein starker Three-Star auf die Nummer 10 von uns, wenn wir mal bei uns so reinschauen, was wir oben reißen, beide drei Jonas-Angriff haben wir uns im letzten Video angeschaut, bei mir, den Thema, hat noch jemand, Mixi probiert, hat ihn auch nicht geschafft, sogar ein paar Prozent weniger, hier ein One-Star von Michel, ein Two-Star von Smash, komm, den gönnen wir uns noch, dann freut er sich vielleicht, ja, haben wir ein Rathas-Level, er hat mittlerweile starke Helden, 23, 22, greift mit Golem, Wizard, Pekka an, zwei Pekka-Spin am Start und ich bin mal gespannt, was er hier reißt, Freeze mittlerweile auf 4 hochgebracht, kommt hier mit den Golems, alle schön gemaxt, in der Glamburg hat er nicht mal einen Ring gehabt, also selber 3 ausgewählt, Mauerbrecher war einer, nur erfolgreich, die anderen sind von Minionwerfern ausgeschaltet worden, also das ist momentan wirklich bei vielen Problemen, dass die Minionwerfer außer Acht lassen und dass die Mauerbrecher dann so gar nicht richtig zum Zug kommen, ich denke, was hier wirklich entscheidend ist, dass er hier einen Two-Star geholt hat, ist die gemaxten Golems und wirklich die schon verhältnismäßig starken Helden, ah, Pekka hat er noch in der Glamburg gehabt, da waren sie also am Ende 3 und die ziehen auch weiter ein, ich sehe dann, wie lange der hier wieder überlebt hat, wo er lang laufen soll, aus der Freeze auf die Mitte, die Magier wurden jetzt vom Magierturm ausgeschaltet, jetzt kommt die Glamburg raus, die Blitzt, der haut noch einen Freeze ins Zentrum drüber und der Jump war insoweit auch ganz okay, ging es zwar nicht ins Zentrum, ja doch, ging ins Zentrum, klar, Barbarenkönig ist drin, ist jetzt aber ausgeschaltet worden und ich glaube, die Bogenschützenkönigin wird es für ihn am Ende geregelt haben, Pekka ist hier auch noch am Start, also es war dann wohl ganz knapp, dass Rathaus und die 50% gleichzeitig gefallen sind und ja, er hat jetzt die Bogenschützenkönigin auch schon gezündet, hier tankt noch ein Pekka, jetzt nicht mehr, jetzt hat die Bogenschützenkönigin in Ferne ausgeschaltet und ja, dadurch, dass die Mini-Pekka ist hier weiter tanken, äh, Mini-Pekka ist, Mini-Golems, kommt es hier noch mit Minions zum Klären drüber und ja, wie schon vermutet, die Bogenschützenkönigin holt ganz entspannt am Ende noch, ohne von irgendeiner Einheit fokussiert zu werden, das Rathaus und ich denke, klar, es war keine besonders starke Rathauslevel 10, aber für jemanden wie Smash, ihr wisst ja, Kumpel von mir, der nicht 24-7 am iPhone oder iPad sitzt und zockt und Geiz anschaut oder was auch immer, wobei er meine Videos anschaut, ähm, ein guter Tooster, ganz klar, besser gemacht als ich, ähm, beziehungsweise in dem Fall auch, ja, alles richtig gemacht, momentan gut aus, es sieht so aus, als wenn es mal endlich wieder ein Sieg, ähm, für uns werden sollte, ähm, im Stream werdet ihr wahrscheinlich schon erfahren haben, wenn ihr das Video gesehen habt, wie es ausgegangen ist, aber ihr habt die Angriffe nicht gesehen, von daher würde ich mal sagen, 50% heute meine Base, 50% Clan War, ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat, Tipps, Anregungen, Fragen, wie immer, gerne unten in die Kommentare rein, wenn es euch gefallen hat, dürft ihr gerne einen Daumen hoch da lassen und wenn es noch nicht gemacht habt, natürlich auch ein Abo, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, macht's gut, bis dann, ciao,